Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Venk noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Venk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie einen Angriff, Venk sei unwahrscheinlich? Venk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind Sie denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst, aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Kommen Sie, ich muss hier raus!